Happy Birthday, Tia Oluf! Happy Birthday to you! Ich glaube Ampelmann verbreitet sich noch weiter in Berlin, macht mehr Läden auf, macht tolle Aktionen auf der Straße mit vielen Berlinern und wird noch viel bekannter, besonders in der Presse. Also wenn ich an Ampelmann denke, dann denke ich sofort an unser schönes Büro und an all meine tollen Kollegen und die schöne Stimmung, die wir da haben. Also ich wünsche dem Ampelmann alles, alles Gute und dass er noch mehr als 20 Jahre lebt und dass er mehr internationaler wird. Ja, alles Gute Ampelmann! Wo soll ich anfangen? Eigentlich habe ich tausend schöne Erlebnisse bei Ampelmann, ist wie eine neue Familie geworden. Und ja, es gibt tausend schöne kleine Erlebnisse, die das so schön machen bei Ampelmann zu sein. Grün, lustig, äh, freundlich, herzlich, ja, süß! Ich wünsche Ampelmann zum Geburtstag alles Gute und dass es so weitergeht und dass sie weiterhin sehr erfolgreich sein werden. Wir sehen uns zum nächsten Mal! Mohammed